Azarel hat ein Überdosisflatter dabei bekommen und sie daher zur Rehabilitation ins wunderschöne Kroatien begeben. Wie er sich ganz allein auf einem Glettersteig durchlegt, das sieht es in diesem Video. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal bin ich alleine und zwar bin ich auf der Insel Hvar in Kroatien. Da gibt es nämlich drei Glettersteige und ich probiere die jetzt hoffentlich nicht bei der größten Hitze zu machen. Also dann, auf geht's. Zu einer Höhle mit einer kleinen Kapelle drinnen, da werden wir vielleicht einen kurzen Abstich auch hin machen. Ja und da hinten, ich weiß nicht ob man es sieht, die Berge da oben, die Felsen, da geht's rauf. Auf Hvar kann man nicht nur bauten, sondern auch klettern gehen. Wer sich dort spontan Ausrüstung leihen möchte, findet einen Link in der Videobeschreibung. Dann schauen wir mal. Da sieht man auch schon erste Markierungen. Der Zustieg führt über den beschilderten Weg zum Sveti Nikola, dem höchsten Berg der Insel. Sveti Nikola, das ist der höchste Bergerfahr. Vielleicht sieht man da oben das Gipfelkreuz, aber da geht's auf einer anderen Tour, da rauf. So, da an dieser kleinen Gabel geht's rechts. Zumindest laut Korten markiert ist da nämlich nichts mehr. Da ist wieder eine kleine Markierung versteckt. So, da haben wir wieder eine Markierung. Es ist ganz schön warm, beim Weggehen hat es unten gehabt, glaube ich 26. Da liegt der Steig scheinbar im Schatten. Ich hoffe, es bleibt so. Wer sich von den tollen Ausblicken aufs Wetter Nikola nicht allzu sehr ablenken lässt, wird den Zustieg ohne Probleme finden. Sobald die Seilbrücke in den Blick kommt, steht man fast schon vor der Abzweigung. Ha, da oben sieht man die Leiter, die Brücke, nicht die Leiter. Von da unten sind wir gekommen. Und da, da. Wie ein Mirko. Jetzt werde ich mich noch angeschüttet und dann schauen wir mal, wo ich gekommen bin. Das ist ein interessanter Zustieg. Da habe ich die nette, schnelle Treppe. Da war ich mal im Schatten. Das ist sehr gut. Na so. Ich nehme mich gleich an der Zeige rein. Auf geht's. Wie ein Mirko. Ja, das ist doch ganz nett da. Mit ein bisschen an dem Lüftlein. Sogar. Fast ein bisschen kühl. Lass uns ein bisschen abdrehen. Bis jetzt. Sehr lässig. So, ich muss jetzt mal sagen, der stellt der ÖSB. So gut wie durchgehend. So weit ist die Uhr den Kau mit Klammern versichert. Was den Steig halt ausmacht, ist ganz definitiv der Ausblick da. Aha. Das wird aber schon jetzt der PC-Bereich sein. Ich bin froh, dass es im Schatten ist. Es gibt leider kein Top-Pro für den Steig. Das heißt, ich kann jetzt nur raten, wie und wo die Schlüsselstelle ist. Jetzt geht leider gleich in die Sonne. Vor den technischen Schwierigkeiten braucht jetzt zwar niemand für. Für PC ist es aber recht ausgesetzt und braucht ein bisschen Kondition. Ja. Und beißen tut der Kletterstelle übrigens auch, wie man gleich sehen wird. Aua. Aha, schwarz. Ah, Blatt. Das ist gar nicht so unausstrengend, weil es doch sehr senkrecht ist alles. Ausgesetzter Gewährung. Wieder. Ja, da muss man aufpassen. Jetzt habe ich mir die Sproßen. Gucken wir. Ja, also den Steig, den kann man durchaus empfehlen. Der macht bis jetzt Spaß und ist ja nicht allzu anstrengend. Da geht es weiter. Also wie gesagt, aufpassen bei den Drähten. Da kann man sich schon nicht aufreißen. Ein unbekannter Künstler. Über einen Mangel an Klammern und Trittmöglichkeiten kann man sich bei dem Steig wirklich nicht beschweren. Ich glaube, der ist bald aus. Ja, ich glaube, da ist man jetzt mehr oder weniger schon fertig mit dem Wir-Mir-Gott. Da ist jetzt die tolle Seilbrücke, über die man rüber und dann wieder zurückgeht. Ja, jetzt muss man natürlich wieder umdrehen. Geht's den A-Steig wieder nach unten? Ja, gut. So eine Seilbrücke. Ist schon was Nettes. Jetzt kommt's schon weh. Jetzt gibt's nicht wirklich Versicherungen. Dear Martinius, welcome to Sveta Nadehliya. Finata System, donation 50 Kroner per Person is required. Okay. Da geht's weiter. Da rauf gegangen hat der nach ganz oben. Den lasse ich aber heute rücker. Da hat man auch nicht so viele Versicherungen. Ich glaube, aber das ist mehr oder weniger ein Wanderweg da. Bleibt ausruhen, sollte man da halt auch nicht. Man ist leider zu weit weg vom Meer, als dass man reinfallen würde. Man hat eigentlich immer einen super tollen Grip mit den Füßen. Das ist nirgends angespeckt. So, wo geht's da weiter? Da liegt ein Besen. Ah. Da ist die Versicherung. Dann gehe ich da jetzt einmal. Ein bisschen Arschlängs nach unten. Das ist AB, na ja gut. Weiß nicht, ob man da jetzt viel Sicht. Abstieg. Oh, das wäre ja so nett. Auch sehr im Schatten. Natürlich. Schau, da hat man den Überhang. Interessant für AB. Das hätte man gar nicht geglaubt. Der Steig wird durch zur späten Abendstunde wahrscheinlich immer im Schatten sein. Seil. Ich bin hier mal eingelesen zu haben, dass man da noch mehrere Varianten machen möchte. Betreiber bezahlt das aus eigener Tasche. Dementsprechend dauert das ein bisschen. So, Platte, oder was immer das ist. Freiband gehen. Die ist aber auch überhaupt nicht abgespeckt. Also, da oben kommend, über diese Rampe, geht es da weiter nach unten. Da unten sieht man schon den Weg. Aber es ist recht harmlos. Schotterig. Jetzt schau ich noch. Oder eventuell in die Kirchen, also in diese Felskirche, geht. Das Felsenkircherl ist allemal einen Besuch wert. Und wenn das hier nicht nur spiritueller Einkehr steht, wird dort trotzdem zumindest Schatten und Abkühlung finden. Ein tiefes Löchlein mit Flüssigkeit drin, wie es ausschaut. Blick aus der Hülle. Die ist wirklich groß. Asrell hat sich an diesem heißen Tag wieder an den Abstieg gemacht. Doch die Via Barbara, die von der Seilbrücke nach oben führt, hat sein Interesse geweckt. Und außerdem ergibt sich so für euch die Gelegenheit, die via Avalon auch noch im Aufstieg kennenzulernen. Ja, das ist schon Ausblick. Ich kann übrigens in Kroatien nur empfehlen, wenn man um die Jahreszeit unterwegs ist, dass man solche Unternehmungen entweder am Vormittag macht oder zu späterer Abendstunde. Und man will sich ja nicht unbedingt einen Sonnenstich holen. Leider noch nicht reif. So, es ist jetzt zwei Tage später. Drum machen wir jetzt den leichten Klettersteig im Aufstieg. Und dann haben wir den ganz oben. War der Einstieg zum Via Mirco. Da geht es jetzt weiter. Da geht der Weg normal weiter. Hier, da rechts, geht es sehr unscheinbar rauf zur Via Avalon. Ein bisschen verblasst schon. Das weist auf diese Felskirche dorthin. Steil und es wirkt fast ein bisschen weglos. So, da ist jetzt der Einstieg. Ein bisschen zugewachsen. Wo ist die Aufschrift? Via Avalon. Heute bin ich ein bisschen früher unterwegs. Eine Stunde, damit das nicht ganz so heiß ist. Ein loses Ende. Da gibt es noch keine Obsturzgefahr. So, da wird es dann interessanter. Das geht vielleicht da draußen. Gut. Na gut. Jeder Trip ist da gekennzeichnet. Wie schon erwähnt, da ist nichts wirklich rutschig. Oder abgespeckt. Da hat man diese erste Rampe hinter sich. Die geht ganz gut. Da oben kommen dann noch ein paar Glammern. Sogar leicht überhängend, habe ich gestern gemerkt. Aber da sieht man wieder einmal, wie individuell die Bewertungen sind. Dann beginnen die Glammern. Ja. Ja. Na dann. Auf. 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 Wenn man. Verreich Das expansioniere nicht aus. Aber eindeutig. Verumme. Und wieder eine Spine. Diese Kreuzspinnen. die findet man da in Kroatien überall. So da, wieder aus. Da muss man immer aufpassen, das habe ich gestern schon, das könnte man vielleicht besser enden. Bei der Spendenbox angekommen sind die 50 Kroner ein fairer Beitrag, überhaupt für die nun folgende wunderschöne Via Barbara. 50 Kroner oder 7 Euro einzumünzen, das machen wir doch gern. Da haben wir noch einen Zehner dazu. Da sieht man übrigens, dass immer noch fleißig gearbeitet wird. Ich vermute mal, dass da drüben einer raufgehen wird. Ja, man darf gespannt sein. Da ist jetzt der Einstieg zur Via Barbara, auch geschrieben sicher noch nichts außer dem Pfeil, aber vielleicht finden wir die Schrift noch. Keine wirklichen Versicherungen, wo man sich auch hängen kennt, ist aber in dem Gelände jetzt nicht unbedingt notwendig. Da geht es weiter. Da muss man aufpassen, ab und zu auch hier ein bisschen lockeres Fels. Ja, nein, operieren müssen wir können. Aber für das wäre ich nicht so alt. Hast recht, normalerweise redet ja auch ich. Aber wenn ihr auch denkt, dass Asriel seine Sache sehr gut gemacht hat, dann gebt es ihm doch gern einen Daumen. Das könnte man eigentlich sagen, wird ein Einser sein, nicht wirklich ausgesetzt, je nachdem wie man und wo man klettert. Klettertechnisch ist das sehr harmlos. Das ist schon fast ein Zweier. Na ja, eins plus vielleicht. Da hinten sind hier so Versicherungen. Die Via Barbara ist in wenig ausgesetzten Passagen nur sich zurückhaltend versichert. Trotzdem ist das Set nicht nutzlos, wie man gleich sehen wird. Das ist eine nette Gletterei da. Da geht der Steig weiter rauf. Ja, sehr leibend. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Oh, das ist ein Brummer. Brummst du bitte woanders hin? Das ist auf jeden Fall Obenteuer. Um es mit den Worten von Andi84 zu sagen, da muss man halt den aus der Hosentasche rausgeben. Wo man tatsächlich blöd alle fallen kann. Da sind dann die Versicherungen. Ok, wo steig ich jetzt am besten hin? Auf Weibel, dass der Stecker auf geht. Hat das eigentlich Zypresst oder irgendwas? Also Flatter, da hast du was versamt. Glaube ich nicht. Ich habe das Video beim Schneiden 100 Mal gesehen. Diese Leiter finden es nichts. Die nehmen wir nicht. Gehen wir lieber da rüber, wo das Scheichel hüte sagt. Schlimm ist der Stelle. Dann kommt er gut zu steigen eigentlich. Extrem geil. So mal die dicksten Klammern, aber wenn sie mich aushalten, dann halten sie auch jeden anderen aus. Ende der Versicherungen. Zu einer nächsten Kletterpassage. Auch wieder eins, oder? Ganz Plus vielleicht. Drei an Griffen und Dritten. Gar nichts Schwieriges. Mal gucken. Ah, Pfeil nach links. Es war ein Traum. Kannst du gern auf den Sonn. Da ist jetzt ein Punkt. Da ist ein Pfeil. Was will man mir damit sagen? Nein, ist kein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Jetzt kannst du die Sonne langsam ordentlich. Da ist ein Pfeil. Ich schaute noch eine kleine Pause. Ja, das ist ein super Ratsplatzerl. Weiter geht's. Das sind vereinzelte Klammern. Die ist schon ganz knackig. Das kann es eigentlich nicht mehr so wahnsinnig weit sein. Pralle Sonne angesagt. Und nicht so platz sein wie ich. Punkt. Das schaut schon sehr nach Ende aus. Also da ist jetzt keine Abschutzgefahr mehr. Da kann man sich nur maximal nur den Haxen brechen. Man kennt sich einfach davon, weil man unbedingt den Weg finden will, der auf der Karte nordöstlich der markierten Route verendet. Eine Mauer. Ein Zeichen von Zivilisation. Und eine Markierung. Was da ein Weg ist und was neu, das ist in der Gegend nicht oft sehr eindeutig. Ein Zeichen war einer gewesen da. Aber, was soll's. Gehen wir halt auf der Mauer entlang. Und das ist so cool wie der war. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück und gehen jetzt einen anderen Weg. So, jetzt sind wir wieder am Weg. Von dem wir übrigens ja auch gar nicht heute runter müssen. Ambitionierte Wanderer nehmen von hier aus noch den non-sveti Nikola mit. Durstige Wanderer schleppen sich hingegen mit letzter Kraft zur nahen Einkehr. Die Wege sind da immer wieder recht gut markiert. Irgendwo, irgendwann, kommen wir ihn wieder an. Na bitte. Kneipe. Da gehen es nur einen Kilometer zum Gipfel. Wie gesagt, den lasse ich heute auch aus, dass es mir zu warm ist. Mal kurz dort einkehren. Und dann steigen wir ab. Ah, warm ist es. Aber schön ist es bei dieser kleinen Kneipe. Schaut auf jeden Fall sehr einladend aus. So, nach einer Stärkung in diesem kleinen Gasthaus. Wir sind sehr netten Personal. Geht es jetzt wieder zurück. Da geht es jetzt wieder hinunter den Weg, den wir zuerst drauf gekommen sind. Gehen ganz normal den Wanderweg nach unten. Und dieser Weg ist landschaftlich noch einmal aller Ehren wert. Wer sich die Via Barbara nicht zutraut, sollte sich zumindest den Normalweg auf den Sveti Nikola einmal anschauen. In Österreich würde man sagen Vorstrauße. Da in Grazien ist das eine normale Autobahn. So, auf dem tollen Ausblick da oben, bei dem Wegweiser, nach unten in das Dörfchen da. Der Abstieg ist unschwierig und voll wunderschöner Ausblicke, vor allem aber bietet er tolle Ansichten der vorhin durchstiegenen Wand. Ja, das ist nicht so gut. Ja, das ist nicht so gut. Ja, das ist nicht so gut. Und zwar noch auffern, die mir geht wo beim Fingling. Du bist nicht so gut. Einschränkt euch an. Da. Du bist nicht so gut. 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 Bei aller Schönheit dürfen wir aber nicht vergessen, dass es die ganze Zeit südexponiert dahin geht. Ein guter Sonnenschutz ist also unerlässlich. So und da sieht man auch schon die Felsenkirche. Da gehen wir jetzt die Versprochenen kurz hin. Da sieht man übrigens dieser waldige Einschnitt da, das ist jetzt wo der A-B-Klettersteig rauf geht. Da machen wir jetzt noch eine kleine Pause. So, wenn man von der Kirche wieder kommt, dann ist da jetzt der Wegweiser auch runter. Da geht der Steig von unten, also wirklich richtig laibernd. Nicht nur das, auch laibernd festgehalten. Und wenn ihr euch heute bei Asriel bedanken wollt, dann lasst ihm doch gerne einen netten Kommentar da. Nach vier Stunden und drei Minuten bin ich wieder herun. Anstrengend, aber absoluter Reisewert. Also wenn ihr mal in Kroatien seid, das zahlt sich aus. Bleibt nur noch, ich bin Asriel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Aber halt Asriel, eine Sache muss man nur erklären. Ich hoffe inständig, dass auf jeden von den Videos ein Ton drauf ist. Sonst muss man ein geniales Grillenzirpen einspielen. Wie hätte denn jeder von erfahren, wann kein Ton drauf gewesen wäre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.